so genau wie es war durch das tor nicht hier müssen genau wo du lang aus das noch dunkel dunkel deutschland schöne paletten und holz und so auch gekonnt schaut über alles schrott drin ein bisschen lauter stelle so noch ein bisschen randallieren ja sagen wir mal schön ich sage immer so ich komme mal mit das ist gut die wirklich schießt dem mal so ein ding rein super den können wir uns jetzt mal ein bisschen warm schießen hier ja alles gut gute heilung das ist auch wieder was lieben ist stimmt so ein schöner punkt der mutti hat mal den ich weiß es nicht genau in der mutter ja doch ich glaube ich bin mir nix sicher so haben wir gucken wo hier das gute eisen mit wer will als nächstes heute sind sind in thüringer bundestag landtagswahl hoffen dass die alle weise wählen an die schon machen die wählen immer das was sie sich verdienen oder was was nun naja so genau ich wollte mal eine der sitzt kann nie sicher genug sein genau es liegt am boden ich muss immer drauf rumhauen das ist echt ganz cool ja mir gefällt es auch so am anfang meine schwierigkeit mit und man mittlerweile läuft ja auf jeden fall so hier immer was einsammelt das ist gutes reisen eine kleine box hin und erschießen wo jetzt so ein tisch ja gut und stuhl ja hier gibt es auch noch schränke genau kommen wir vor wie so ein abriss unternehmen ja aber es gut ist immer fester stuhl ja wo eine kiste sehr gut ich werde mir irgendwann noch mal ein paar videos angucken was das alles für secrets gibt aber ich also die müssen also schon so mega versteckt sein dass man sie gar nicht findet ja manches ist echt blöd oder schwer haben schon so viel zerstörter wie aber das ist ein guter schrank hier ja vorteil ist wir sammeln auch alles ein also dass das bringt echte menge finde ich überall durchgehen randalieren sind dann genau alles was spaß macht so so wir faxen macht kriegt nix gutes eisen ohne kiste fast als wäre es gewollt ja wir haben das extra für uns dahin gelegt also jetzt sind vor allem mal rum wir sind mal hochgegangen ja da ist er liegt hier los das ist noch nicht wo wir sind wir können was einsammeln ach da müssen wir auf jeden fall nicht lang müssen wieder zurück noch mal hier hoch mal gucken vielleicht gibt es hier doch was ich gucke mal jeden weiter das ist doch hier wo wir ja 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 hier oben war mir schon das ist sehr gute arbeit schön verzinktes eisen neben gefunden manchmal laufende lang und sieht es gar nicht und dann glaube sie wieder lang gar da ist es ja wie nennt sich das betriebsblinker ja genau so was haben wir denn an der mappe wo ist irgendwo was dunkel ja genau das war ganz dunkel ja finsternis pur das gute arbeit sogar eine munitionskiste ich wollte schon auf dem ventilator schießen das ist auch ganz in ordnung wenn man auf dem ventilator schießt ja sowas grünes ob wir hier noch eine kiste finden werden wir ja diesmal wieder hier bei der mutter kirche sind ja stimmt komme ich hier komme ich gar nicht hoch kann es sagen ja stimmt das ist richtig schade schade versuchen kann man ja alles wie lange hast du heute zeit weil ich was hier so zwölf uhr das gut aber so zwei stunden können auch haben wir bis 1 machen oder so wir können ja gucken wie verzweifelt wir sind ja genau das trifft es erst mal eine runde hinsetzt die alten männer so ein bisschen was von broadback mountain hier mit dem lagerfeuer auf jeden fall ist einer hier das war gut gesehen ist das ist auch gut wenn man solche pilze zu hause hätte bräuchte man kein licht genau leuchtende pilze das ist schon cool als gaming zimmer wäre das bestimmt geil und effekte ich finde dieses gaming zimmer von diesen ninja sogar dieses blaue ich versuche dir schon mal gezeigt hatte das ist auch richtig für also das was ich je gesehen habe das schicke ich dir mal bei whatsapp dann ach so hinter uns ja ohne kiste immer noch welche auch wie er brennt es ist ja immer angst dass ich mich damit anzünden ja oh nein ich mach mal so eine so ein ball hin ach ja ich hatte auch gerade die idee auch gut der wollte mich gerade mit reinziehen scheiße ich wollte gerade ich dachte der wäre schon tot überleg mal der zwei explosionen abgekriegt er rennt da trotzdem noch fröhlich und munter rum ja und haut mir voll ein rein so ein assi so ein assi so ein assi das war gute arbeit ja so ich muss dich mal hier wieder retten durchhalten ja ah cool danke so hier schön das gute heißen unser schwert ist noch zu schwach ich dachte man kann auch mal so metall schrank zerlegen aber so ein ultra mega episches item und damit kann man dann auch die alles zersägen ja ja riesenlussknacker oder so oh ich falle endlich um da weg jetzt so so ich hab wieder alle taschen voll du lootest immer alles weg ja ja blutboy blutboy oh oh vorsicht oh schön wenn er genau neben mir auftauchte ja ich musste mal einsammeln weil ich hab keine muni mehr ja genau kein Problem hier vorne ist aus ja das hier brauche ich definitiv auch ohne mund nix los das war alles weggesammelt oh hier gibt es wieder was lilanes windes ausweichen sich dort den haben wir auch schon mhm den haben wir ja aber es gab 410 altmetall immerhin das gut ja schon ein checkpoint das geht aber fix oh schon ein checkpoint das geht aber fix oh ich sehe schon mehr die guten euro paletten ja die sind defekt die kann man schon weg machen ja ja so ist hier noch eine box und die rostigen nägel raus oh dann ja so gleich einen punkt vergeben mal gucken mal gucken was hier alles so gibt was soll genau neben mir genau der ist einfach vom dach gefallen ja so na wo läuft der denn wo läuft der denn und noch ein Punkt das ist gut auch lauft ich sage ich aber du hast gesagt ich dachte was schieb denn da so von hinten als war cool ist gesehen dass du direkt daneben stand so gibt es hier noch was zu wie versteckt alter das ist aber auch nicht so cool äh du siehst nur noch wie es dunkel wird und äh dann musst du irgendwie versuchen da raus zu kommen ja ja richtig heftig mein lieblingsspruch bei dem spiel wird echt lauf ja genau lauf forrest lauf so gibt es hier was denn so auch nichts jetzt auch hier so bis auch ich beschießt auch mal ein ab ja mach mal auch hinter dir danke grünes zeug sehr gut die guten paletten hier nicht vergessen ja das ist immer das wichtigste bei dem spiel ja zählt zum schluss jedes eisen so eine kugel ab ich verpiss mich läuft läuft er immer noch um bei dir also ich komme zur unterstützung der verträgt euch ganz gut was jetzt hat es nicht zerlegt der schöne seetang jawohl wir sammeln ein falls du es brauchst hier verbraucht man viel munition ja weil die diese dicken die vertragen echt zu viel kann man dann so zehn magazine rein versenken ja 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 ich hab das nicht mehr gelesen jawoll nur große schnauze in die tierchen ich hab's noch nicht mach mal so ein ball hin jedes tierchen so ein blässierchen weiter hier soll die verliebungs brauchst du noch muni und sammle ich dann ein nö braucht es mal nix ganz ruhig erst mal sammeln so ich hab hier noch mal die kiste entdeckt das ist so kann man gehen kurz hier noch nicht ins voll jo prima hier liegt nur das rum so habe ich nicht gesehen ja geht mir auch mal so so ich schieß mal obwohl es sich nicht jetzt ganz ruhig haben wir ja jetzt okay so hier oben gibt es auch gute paletten ich komme mir als hilfe jetzt kannst du ja so ein ding rein schießt es sind auch da unten sind auch hier unten kommen noch viele dann verpässe ich mich mal nach hinten genau und dann kannst du so ein ding rein brezeln immer ein bisschen reingezogen naja hat es mich auch noch ein bisschen zerlegt wenn du es weg schaffst baller ich so ein ball rein schaffst du es damals nicht weg doch schaust weg das war jetzt nicht so gut dann kann ich in ruhe kaffee trinken das alter nein ja der kam aber auch mies um die ecke fette ne mann 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 naja ok fett der kräftige würde ich eher sagen fett ist was anderes wenn er zuschlägt dann wächst kein gras mehr wer will noch mal wer hat noch nicht sind ja alle gar nicht gespawnt wieder oder mich auch kaum hat das gesagt super ja wie war mal apfelkuchen was hinter dir ja diese dicken die kommen die sind machen irgendwie auch spaß die sind ja da kann man sich erst mal die zähne drauf ausbeißen ja das ist echt so eine kleine herausforderung finde ich ja irgendwie noch was versteckt sonst war eine schöne kleine kugel und ein dicker locken kommt zu mir dicker wie gemütlich er geht ja wahrscheinlich ich vermute mal im schweren level wäre es wahrscheinlich so dass er dann schneller läuft das kann schon sein oder verträgt noch mal fünf mal so viel ja 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 erst mal 50 schüsse noch reinbauen oh neuer punkt alter ich hab so viele sachen die ich noch nicht gelöffelt habe brauchst du munition ja ich ne eigentlich nicht so ganz das kannst du so aus dem normalen der waffe habe ich noch reichlich munition so das war nicht gut sehr gut sehr schön die könnte man uns teilen da könnte ich eins gebrauchen sondern ruhig an dort um die mich den nächsten her zack hier kann man auch so viele ja hinter dir weil es vorher gelaufen nicht mehr wohl weg sind zu müssen wir noch was versteckt nö ja bei mir schon wie vor gerade sagen gleich kommt wieder so ein dickes Ding aber wo ist der big brachter vorsicht auf jeden fall flinkes vier dem auf jeden fall sehr gut ja ja ist ja eigentlich nur diese pilze sie laufen ja auch alle so verrückt rum wäre alle diese pilze fressen magic mushrooms oh so schön genau kann außer eigentlich schluss ich bin echt bei fast nur noch insgesamt knapp 50 schuss davon sind ja die meisten für die aber wir sind am männer ist gut ja schön einsam hier gute werkbank hier ja das war es noch ist auch einsamen hoch habe ich übersehen auch 20 altmetall ganz kurz sehr gut aber man kommt schon besser durch als beim ersten mal auf jeden fall lebenserfahrung genau das ist jetzt kein cappuccino das jetzt heiße schokolade ist auch lecker wobei jetzt schon kalte schokolade und der kalte schokolade es ist gut wenn die also das haben bestimmt die komischen kaffee häuser und so entdeckt wenn kalter kaffee da ist dann haben sie einfach eine kugel eis rein gemacht und das eis kaffee genannt ja genau dann mussten sie das alte zeug nicht wegschütten ja das gefühl habe ich auch manchmal oder hinten ist ein endgegner das ist schön das ist nicht schon die kirche sogar ja das ist da bin ich immer gespannt mit der neuen waffe was uns das bringt also super jetzt muss man uns dadurch genau gucken ob wir an erzählt hier oder weil es sieht recht übel aus ich überspring das mal alles ein bisschen so was ich dachte du wolltest die story zeigen alte angewohnheit so ich werde sie beschützen natürlich ich versuche mal die rechte seite so ein bisschen zu machen aber ich glaube links kommt um eben ja auch gott ihr habt so so geht das natürlich hier nicht nur und diese ja mal ein bisschen offensiver auf den an hier nur platt gemacht den onkel das ist schon mal gut als kommt gleich noch ein dicker und ich höre wo sind das das hinter sich hinter mir ja ich habe schon gewundert wer da schießt wobei das so auch mich dass jeder das ist gut dann kann ich mal ein bisschen energie tanken aber ich dachte eben schon da explodiert schon wieder was ja so alter überlegt man beim ersten mal wie oft man da gebraucht viermal ja das ist schon heftig das würde ich aber auch wenn ich so lange im baum gefangen wäre ich kenne ja eigenschaftspunkt das geht echt schnell ich habe jetzt so viele programme meter und laufen glaube ich aber das geht mir ja um pinsel die spart gerade ob es wiederum wieso machst du denn so viel auf so hatte mal ich nur hier mal fenster schließen da muss ich mal schließen ja man war die gewohnheit so wie viel kerne hast du 8 und 16 freds kannst ja für jeden kern zehn programme öffnen und dann hast du 80 programme öffnen das musste gehen ja das kann thema ja das ding ist windows hat das ja seit einiger zeit immer drauf warte mal kurz was gleich wenn du es hat sie mal drauf dass wenn irgendwas im vordergrund springt dass er dass er das dann irgendwie gleich nach vorne holt und die anderen programme in die taskleiste packt oder so jetzt ist aber alles gut so jetzt vergeben wir hier mal einen punkt wunderbar was nehmen wir mal sehen der mutter auf zwölf nicht vorhin noch was gedruckt irgendwie und eben hat er mir dann erzählt dass man ebsen ja irgendwie keine ahnung irgendwie offline ist und also der drucker ja das ist halt so ich muss mich da sonst mal mit befassen mit was was man auch alles für einstellung machen kann und so zum aufnehmen das ist ja kann man ja so viel machen und ja und es ändert sich ja auch ständig alles neue fans die schöne funktionen dazu ich glaube am besten ist wirklich man hat so eine elgato karte irgendwie damit der man aufnimmt ich glaube dass das stabilste oder so wahrscheinlich aber das kostet auch schon wieder 200 attacken oder sogar kurz darauf muss man erst mal so arbeiten und ein paar klicks bekommen dann lohnt sich das vielleicht irgendwann auch so aber ansonsten nicht so zufrieden also die obs aufnahme läuft sehr stabil ist halt nur wie gesagt man muss sich an gewisse sachen gewöhnen irgendwie auch mit dem dass man mehr programme schließt und so ja erfahrung macht einiges aus ich will nicht dass diese kugeln in den himmel schießen stimmt eine gute frage nichts die fliegt einfach uns nichts sie sind gut gekürzt wird dafür kommen so ein paar Brat Hähnchen runter dass der Kuh morgen schießen ja die Summe gucken so jetzt wird es richtig interessant ich weiß zwar nicht was kommt aber es wird bestimmt interessant jetzt müssen wir eigentlich in die station wieder ne ja ich glaube schon die Mutti meinte wir sollen in die station gehen mal reisen mal gucken denn vielleicht können wir auch mal nochmal bisschen was aufleveln oder so ja und dann wenn wir bei 20 sind dann wenn es richtig schwer wird dann können wir nicht mehr aufleveln ich finde es macht aber auch spaß wenn du merkst was erfahrungspunkte ja dann kannst du ein bisschen was machen ja mal gucken was du hast so ich kaufe mir noch mal ein paar von diesen fancy waffen hier kann ich die mal austesten so okay ich bin jetzt bei der okay Hose Hose des Landstreichers aus 17 Mantel des Landstreichers 15 Maske auf 16 aber ich habe ja okay die ist zu schwer ich habe hier die glänzende Rüstung die ist bei 132 aber da kann ich mich nicht drin bewegen das ja ich kann mich noch erinnern ja die ist so schwerfällig ich habe keine Lust zu reden ich habe mir immer Fluch des Dschungelgottes gekauft ja stimmt den habe ich mir auch gekauft und ich habe mir noch den Feuerspeyer gekauft so jetzt bin ich wieder richtig gut pleite ich mal gucken ob ich den noch ein bisschen leveln kann gleich ja auf 33 schaden level 1 so geht es wieder zurück ach so müssen wir nicht mit der Mutti labern ach ja stimmt genau da muss nochmal zur Mutti gehen kleine elegante Lösung ja die ist aber auch vermummt ne ach alter Schwede was hier im rücken trägt ach ja hier ein Baum hat sie da versteckt ach ja ja oh aus der Asche den Hütter des Labyrinths finden das kennen wir auch noch ne ach ich kann es nicht die Saat geht mit den starken Eidensinnig um und das könnte unser Schatz sein große Klappe zwischen den Welten eingesetzt aber es ist vielleicht nicht der Einzelne schaße mir fehlten simulacrum wir haben ja auch noch gar keins gefunden ne stimmt ja eine luminitkristalle sind auch fast alle ja die geschäfte laufen schlecht ja das sag ich dir so reisen zum letzten Checkpoint ne mhm und dann gucken wir einfach mal ob wer guckt ja genau und mal hallo sagen hallo ja genau ja genau mal winken da wird sich bestimmt schon der eine oder andere um uns kümmern glaube ich ich denke auch ok ok dann probiere ich mal die tolle neue Waffe aus mhm 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 oh wo ich eigentlich Eigenschaftspunkt gefunden ja das ist sehr gut wir können mal gut was kaputt machen oh die Waffe ist ja richtig scheiße ist nicht gut oh sie ist wahrscheinlich noch zu schwach oh hat sie zerlegt ja das war nicht so gut ja das ist die ich vermute mal die wird später richtig gut sein wenn sie richtig Dampf hat ich denke auch so hier ist noch viel zum einsammeln ja nur noch viel kaputt machen ist aber echt gut man kann dann also wir können dann wieder richtig gut aufleveln und vor allem diesen neuen Waffen mal austesten das macht doch Bock ja auf jeden Fall das fand ich ja damals bei The Witcher 3 auch geil das wurde nie langweilig aber es war immer irgendwas das ist ja auch so wirklich davon noch die Aufnahmen die könntest du theoretisch auch hochladen ne die habe ich auch einen anderen Kanal hochgeladen das stimmt da habe ich auch schon 140 Videos oder so ja aber ich glaube dass ich mit dem Kanal hier ein bisschen weiter komme wenn man eine ganz andere Erfahrung hat den von vorne auf von vornherein anders aufbaut ne mal gucken ja schade dass man die Kanäle nicht zusammenlegen kann bei youtube das ist ja auch gar nicht so dass man die anderen Videos nehmen könnte du könntest ja den anderen quasi löschen ja diese Tentakeln sind echt scheiße ja die bringen nicht so viel ne ne vielleicht in den Arenen so bei Endbossen oder so ja ich vermute mal die werden ja bestimmt auch noch größer wenn die höhere Level haben das kann gut sein ja das kann gut sein ja ja das schön nochmal das gute Eisen sammeln hier maletten ja mach sie nieder oh hier gibt's eine Kiste das ist gut aber man kriegt wirklich ganz andere Reflexe ich habe dich eben im Augenwinkel gesehen zack gleich rechte Maustaste ja wirklich gott wer kommt um die ecke ich finde hier sind gar nicht so viel geheimnis oder man sieht man ist zu blind und sieht die alle nicht ja ich weiß auch nicht dass man manches ist nicht so leicht zu sehen oder vielleicht gibt es wirklich nicht so viele müsste mal wirklich reingucken und schauen was es so gibt und dann kann man die ja mal gezielt suchen oder so ja genau das war mal was aus nur das also das kann zu nehmen das kriegen wir beide auch nur bei munition wird es nicht geteilt auch so altmetall und alles was wir sammeln das wird alles durch krieg mal beide gleichwertig super das ist gut so schnolzen ja ich müsste man alles doppelt und dreifach ablaufen weil man muss oben unten überall gerade diese lilanen punkte irgendwie sind sogar wieder irgendwas einsammelt hier richtig schön die sind ja auch mal so versteckt so hier gibt es auch noch was sehr schön so guter schrank hier ist ein stuhl und mehr schwenken ganze einrichtung alles kaputt gibt es auch gutes verzinktes eisen und eine kiste gibt es hier ist nix ja ich nehme ich bin lieber mal die andere waffe ich probiere mal die ich ja uns wo ist er denn ja die haben schon richtig schiss vor uns wie er sich versteckt auf jeden fall die guten kisten ist bei dir oben großer ne ich denke mal der ist unten oder oh ja der ist unten der haut gut rein ich werde sogar tot da reingezogen in dieses hat sie zerlegt ja super aber hier ist so gutes eisen hier auch noch so ja manche tage passiert es ist bei mir auch mal so tagesformabhängig als er kann man neue waffen ausprobiert und so dass ja schon mal was schief und da oben sehe ich was lieben ring der ball aus der ist aber neu der ist neuer ich glaube ja ich guck mal was das von geht nicht so spannend am besten ist immer noch der grüne mit den erfahrungspunkten ja ich finde auch weg randallian eigenschaften punkt super ach so hier zieht ihr das rein ja wie es mich an kugelt das ist ja wie bei jackass gegenseitig verletzen ja mal gucken wie der flammenwerfer so ist ich weiß jetzt gar nicht wo es hier lang geht mit dem nächsten update kannst du mit flammenwerfer ein paar würstchen wahr machen eigentlich schafft punkt auch scheiße mich jetzt zerlegt unten an der treppe der sack der kommt die treppe hoch so von allen seiten kommen sie gerade ich sammle mal hier ein du kannst ja unten einsammeln ja 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 wo Spürungswut Manche Dinge sind wohl Ich kann es gut versteckt Ja Der wird auch nichts ausgelassen Nee Du musst alles mitnehmen Jedes Brett Brett hart Ja So Ich habe alles voll Das muss man nicht tun Vielleicht noch ein bisschen wie ein Big Boss So ein Dicker bestimmt hier wieder mit dem Schwert Ja Ja Ich werde auch wieder Oh Halter Ficker Das sage ich Die kleinen muss man sich erstmal gewöhnen Ich dachte wieder du jetzt deine Freunde losgelassen Aber Nee Hier geht es ja auch in beide Richtungen Egal wie man es hier oben Hier ist sowas wo ich keinen Platz habe Das ist gut Ich habe Platz Ja Das ist gut Ja 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 Wir schießen ja ich brauche Munition scheiße die ballern sogar durch diesen Bus durch alter die Schweine spawn nur noch zwei Schuss hier kannst du mal einsam hier kann man überall fett sammeln da gibt es auch wieder echt eine Menge so ein paar Regale vielleicht oben lilaner am Punkt oder so das wäre natürlich das Beste wir müssen nichts hier geht es nicht weiter hier ist ein Stuhl alles mitnehmen selbst das was festgenagelt ist ja wir nehmen hier alles mit hier geht es auch nicht nach oben das war es hier eigentlich ja hier war man auch nicht so wirklich drin stimmt ja da war eben auch was zum einsammeln gutes altes Telefon mit Wählscheibe der will irgendwie nicht kaputt gehen ne wo es auch aus Holz ist so ist wahrscheinlich echt Holz genau hart Holz ja so mal gucken wo wir lang müssen wir müssen wieder ein bisschen zurück können wir nochmal durchlaxen ja bis jetzt schlagen wir uns aber ziemlich wacker muss ich sagen das stimmt ja wir müssen müssen wir drehen nochmal ja es läuft echt gut also man kommt ziemlich flüssig durch hier rechts war noch was zum einsammeln da gibt alles so zwar hier geht es noch mal nach oben das ist auch gut da ist aber nix ich habe auch meine kompletten heilungen verbraucht ach du scheiße also mehr aus versehen teilweise ja weil ich so in der Panik die falschen Knöpfe drücken ja das kenne ich auch da wird man schnell anstatt Q Tabulator gedrückt oder irgendwie so so ich komme mal zu dir ich laufe schon mal weg vor dir ich wollte dir gerade Munition schenken da nämlich da hinten geht es ja auch lang ich glaube aber ach das ist wieder der dicke Baum hier ja diesmal braucht man den nicht töten glaube ich ich würde gerne man muss noch mal kurz zurückgehen da diesen einen Abzweig da nochmal angucken wo war das da und dann rechts rum ok da hattest du doch irgendwie gesagt den kann man auch ne Uhr schenken oder irgendwas na ja und und Dingsbums wo geht's denn hier lang hier das halt nur blöd war das wir eben nicht verstanden haben überhaupt noch lang ja sehr gut ja sehr schön dann kann man hier gleich rechts rum da waren wir noch nicht ja stimmt das ziemlich dunkel nun vielleicht gibt es ja noch mal einen schönen Boss das wäre cool ne ja ja es gibt noch einen geht noch mal runter ein nun ja schönes dungeon auch mal gucken ob es erst wieder am freitag geld gibt wahrscheinlich schon ach so ja vermute ich auch also bei mir war es letztes mal auch am feiertag genau drauf das ging aber auch also aber es ist ja nicht also bei mir kommt es echt dann also am feiertag zahlen die nichts ja ich finde es naja unterhalten wir uns mal außerhalb der schätze so 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 was zum kaputt machen mhm mhm ja mörderkanal ach das ist wieder mit tausenden von kleinen Viechern bestimmt ja ach ne doch nicht ja was denn das sind die Gegner wir haben noch nicht gesehen mit seiner Maske auf Aua ach so da ich dachte du schießt auf dich das hier ne verstecken sie hier so gut ja hier ist noch was grünes ich glaub den Kanal hier kennen wir auch noch nicht ne ne also irgendwie die Gegner kommen ja auch pfff tschuldigung gesundheit danke die Gegner die kommen ja auch ähm gar nicht bekannt vor wie schmeckt dir das he 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 ich wollte grad sagen die sind aber schwach aber wenn man dann wieder auf die Nuss kriegt ne dann vorhinter ja das ist ganz neu mit Hunden und so mhm Vorsicht ja vielleicht sind da noch welche könnt ihr sein dass nur welche da sind ja könnt ihr sein dass nur welche da sind so mal gucken dass man die ja mal wieder ein bisschen Munition besorgen hier habe ich was lila alles gesehen oder wobei ich finde jetzt gerade habe ich noch ganz gut Munition ok aber ein lila Punkt amulett der revolver helden aber das schon ne muss ich gleich oh das erhöht feuerrate und nachladegeschwindigkeit ein das ist gut ja wenn ich so werde ich das gleich mal ändern hier ich nehme das auch ja jetzt habe ich ja nur ja ja der revolver helden ist gut ja das ist gut so 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 ja irgendwo sind doch jetzt hier irgendwelche wauzis ja wo denn auch da mit ziemlich flink um die Ecke gekommen der Junge nun die sehen so ein bisschen aus wie Jason da irgendwie Freitag der 13. ja genau so eine Maske auf und scheiße das sagt neue begann zu sagen dies wie es ein anzieht war das gut jetzt und jetzt wir stehen so lautlos und sie sind schon gut drauf jetzt küsse und hier muss irgendwo was lilanes sein jetzt die ecke sehr gut ich liebe ja diese punkte hier simulacrum sehr schön die waffe verbessern das ist gut da ist auf jeden fall ruhe eingekehrt ja das ist gut weil die brauche ich die nun jetzt gibt es einen end boss ja ich will mal was gucken es geht ja gar nicht ich dachte ja dass mich wundert warum man hier nicht reinkommt ja das finde ich auch komisch hier liegt ja was rum weil ich glaube nichts was nun mitnehmen könnte meine munitionskiste habe ich sieben stück von draußen nicht weil wir kommen jetzt gleich an so ein stein ach so ok oder vielleicht auch nicht also ich hoffe mal doch schon meistens ist ja dass danach einer kommt dann so der schwarm stein ja da ist ein stein ist ja stimmt da gibt es bestimmt hier ein end boss ich hoffe mal das ist ja cool hätte ich jetzt ja mal diese zwischen gegner ja ein bisschen action da halle das kommt uns ja bekannt vor ich habe schon wieder fast 6000 altes eisen ja ich habe auch glaube ich habe noch gar nicht geguckt aber ich glaube es lohnt sich das kenne ich doch nicht nach mit dem kann man da quatschen oben oder was ja fragen wir mal wir sind ja nett der die silbermaske wie ich ja ach wir haben doch diese wir haben wir nicht schaden bis zum tot kämpfen wollen wir warten bis die zeit rum ist wenn ich was dann passieren vielleicht sagt er dann auch um ja okay lass uns verbinden oder aber das ist der sohn von diesen alten der in dem flugzeug ist die matschrunde ne was matschbirne matschköter genau ja so mal experiment vorm endgegner zu stehen und nicht anzugreifen gucken was passiert wahrscheinlich greifen die gleich an ist so viel geschlagen bis zum tod kämpfen ja oh blöde hätten wir doch ja ja oh ja oh 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 Das war's für heute. so viel zu wollen so viele irgendwie ach das bist du ja an hier war das der Ende die sich alle irgendwie gleich aus du versteck dich nicht du Vogel ach du scheiße alter ich hab große Schnauze ja wusste ich so und bin platt ich hab nur ganz kleinen ganz kleinen Strich gehabt renne auf den zu und sage so ja hier hat man nicht so eine große Schnauze aber bam weg bin ich scheiße das war die Strafe aber ich glaube den Kriegen mal der ist nicht so dramatisch also ich hoffe ich hoffe ich hab jetzt nicht auch eine zu große Schnauze oh jetzt hast du mich wieder zerlegt aber ich glaube den kannst du ah dich auch scheiße aber den packen wir also der kriegt gleich der kriegt gleich richtig auf die Fresse ja wo ging's hier lang ach da ich muss hier noch erst mal gucken ja sonst können wir auch gleich reinballern oder ja kann auch sein dass wir gleich im Kampfmodus sind schon stimmt ja ja ich gehe ja ich gehe das ist ja wie ich gehe hier Was ist das? Ja, mal gut abrollen hier. Ah, scheiße. Oh, Mann. Es gibt so Level-A, die liegen mir dann wieder nicht. Ja, manches ist ja auch nicht ganz easy. So, Munition sammeln hier. Was ist das denn hier? Ja, er hat sich Leiden verpisst. So. So, Munition. So, Munition. So, jetzt haben wir ihn. Ah, super. Granatsplitter, neuer Gegenstand. So. Oh, ich habe sogar drei Eigenschaftspunkte. Ja. Das ist wirklich gut. Das ist ein Ding. So, Segen der Mut habe ich jetzt auf 15. Ein bisschen einsammelt. Da kann man auch hoch, vielleicht gibt es da Kisten. Hm. Da geht es bestimmt nicht. Haben sie sich schön hier eingerichtet. Ja, haben sie richtig schick gemacht. Für nur ein paar Blumen oder so. Das ist ganz ziemlich groß. Ja. Ja. Und die Kiste hast du auch nicht gefunden, ne? Ne. Ich hatte nur eine zum zerschlagen irgendwie auch. Oh, hier ist noch ein Regal. Hm. Ah, hier gibt es eine Kiste. Das ist gute Arbeit. Gucken wir mal, hier noch irgendwas einsammeln kann. Nö, das war's. Ja. Warten wir mal kurz zurück in die Station. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es zu leveln. So. Vor allem will ich mal gucken, was man von dem so quasi ein Special kriegt. Hm. Diesen Gegenstand, den wir bekommen haben, was ist denn das überhaupt? Ja, da kannst du dir dann wieder bei dieser unfreundlichen Dame da entweder eine Waffe oder so einen Mord holen. Ah, okay. Weil der ganz freundlich ist. Ja. Oh. 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 Dass da was blinkt, das ist doch auch... Ich glaube, das ist auch ein Dungeon. Oh. Oh. Um rechts da. Ja. so station das ist ja mal spannend ja jetzt haben wir ja auch ein simulacrum kann man die wache noch mal auf und die hat ja richtig power schon das ist ja auch wenn da so viele gegner reingesogen werden und dann diese ganzen schadenszahlen richtig 1000 über 1000 schaden keine ahnung da kannst du richtig fett abschmerzen so teilchen beschleuniger bis teilchen beschleuniger ist auf 10 aber ist das der maximale level den kriegst du nicht höher das ist ja komisch oder also die ambos habe ich jetzt auf 19 333 so wirklich dass der maximale ist ein ding kannst ja bei dir auch noch mal probieren dann aber so merkwürdig ich gucke gerade mal wie viel kohle ich habe 5731 ok ich bin aber überlegen ob ich bei der alten noch mal ein bisschen material kaufen ja ich wollte auf jeden fall noch ein bisschen die hat sogar ein simulacrum zu kaufen echt hast du das verkauft nehmen dass ich wäre froh wenn ich eins habe so wie viel noch geartet ist eisen ok hier kannst du für 3000 simulacrum kaufen ich habe jetzt es nicht gekauft nicht wird mir auch erstmal nur eisen holt sonst würde ich es mir kaufen ja kauf ruhig weil ich werde mir jetzt hier mal geschmiedetes eisen 16 stück gehärtetes eisen 13 stück 14 eisen 132 also diese komische jagdpistole ist auch fett man die ist jetzt auf level 14 und hat 252 schaden ich sonst noch etwas verzinktes eisen musste mal kaufen ja die ich glaube die pistole ist auch gar nicht verkehrt das ist halt nur ein bisschen mehr dampf haben schneller sein manche aber das kann sein wenn man die auf der welt dass er dann noch fixer wird oder ja vielleicht kriegst du den doppel schuss irgendwie sowas so so jetzt bin ich wieder zeit so brüste mantel des landstreichers 16 war das war es auch schon wieder so waffen flucht des dschungels habe ich jetzt auf zwei mehr kann ich auch nicht das wird immer schwerer wie die knarren aufzuleveln sicher das stimmt es kostet alles unglaublich viel ja so wie sieht es bei dir zeitlich aus ich spiel damals überhaupt 11 uhr 45 jahren auch das ist ja super was wie gesagt so 13 uhr ist kein ding dann kann ich hinter duschen gehen mich dann anziehen und um zehn von vier und meine schwester mich ab das ist gut und dann geht zum onkel ja genau richtig es war ja so der hat mich doch irgendwann mal angerufen und hat gesagt dass beim premiere nicht funktioniert wie es heißt weil die plugins fehlen was die plugins meine schwester in so eine karte jetzt gemalt irgendwie mit plugins also so als geburtstagskarte so ein bisschen was persönlich ist auch so müssen wir mit dem onkel baum erst mal reden weil noch ist er ja ich weiß gar nicht wir könnten ja oder du könntest ja mal nachlesen was das eigentlich braucht ja mal hier unten schon heute ich komme mal mit weil das blinkt noch ich glaube dann waren wir da unten noch ne da wollen wir noch nicht nur da reingucken oder ja vielleicht bekommen wir da auch die übersetzung für den baum oder so das wäre natürlich cool oder wir können den ja auch lassen dann können wir ja nachlesen was man mit dem machen kann ja das ist ja auch quasi eines der secrets ja finde ich auch besser als wenn man den irgendwie nur darauf rumballert das haben wir schon mal gehabt ja das war nicht so spannend ich meine ist auch cool aber wenn man da noch ein bisschen weiter kommt oder irgendwas anderes erfährt was man noch nicht gesehen hat wird das schon ganz cool auch wieder alles hier so verwinkelt das eigentlich für für pilze das ist so große lila pilze blaue ach diese die aussehen wie naja oh da muss man sich jetzt mal wieder dran gewöhnen dass jetzt diese flinken vier wieder kommen dass er noch von überall ja da ist im maschinengewehr wieder besser irgendwie aber das finde ich auch es sei denn man sieht die irgendwo hinten in der ecke könnte man wo da da gucke vor mir ein punkt ja ich liebe es auch bis ich das gesehen habe so sehen der mutter auf 16 ja die mutter auf die guten euro paletten gegen ein weg tauschen hier ist noch eine kiste sehr gut fantastisch gibt es noch mehr gutes eisen das ist sehr gut wo ich höre schon gar und gar nicht der es wissen will ja ja so was haben wir denn hier ist noch kiste was ist das denn achten was ist das denn her das ist ja ja dieser dieser mist sack wo ist er denn ich habe mich da achte das finde ich halt so spannend an dem ganzen game dass man so wirklich du musst dich ständig auf andere gegner einstellen und jeder ist irgendwie anders ich dachte was ist das eine wolke aber warm dann konnte ich mich daran erinnern lernen durch schmerzen ja das passiert meistens aus dem hund ja könnte ich tatsächlich gebrochen ich habe es mir einfach geschnitten kannst du dann haben das pummelhof er ist am boden ich glaube er ist explodiert ganz schön verteilt am boden das sind übrigens hier solche shooter finde ich die ich so vermisst habe also auch aus der vergangenheit es gab mal so ein game ich weiß nicht ob das noch kennst du kingpin hieß das da warst du auch so ein ecoshooter sowie soldier of fortune irgendwie und du musstest dich halt in der stadt gegen gangster durchschießen oder so ok das kenne ich nicht das war auch cool damals schön rein rotzen wo hat er das war zerlegt so die kümmerung ist ja ein bisschen aufteilen hier was das denn für einer jetzt schon wieder ich brauche ich mich nicht mehr das war ein solches also die kannst du erst mal haben gut weil ich habe nämlich noch ein bisschen was ich würde mich gerade auf den schießenden auf jeden sogar einmal getroffen so ein blöd man so was gibt es hier einfach nur ein rundgang super kiste kiste ist gut ja das war wirklich nur so ein rundgang eine runde gang das war eine runde sache so wie noch ein eigenschaftsbunker vergeben konditionen auf 9 jetzt also ich habe noch bei mir die kritische treffer chance gelevelt das ist echt cool dass man die so von beiden schon sieht und da kann man tatsächlich auch mal diesen zum benutzen die verschwendung die verschwendung so alte stinker schon wieder für sich fast doch nicht verschwendung oh nein jetzt kommt ein boss ach der wieder ja ja so zusammen ruhig an ich habe erstmal nicht mehr die schwendung ja so zusammen ruhig an ich habe erstmal nicht mehr munnen kiste genommen ich habe auch den eindruck dass jetzt nicht mehr wie früher so von hinten kommen kannst dich erinnern früher ja kam doch dann immer von allen seiten ja die waren richtig übel drauf und gerade auch in so level ja wo ist das denn ein affenschlüssel neuer gegenstand ok interessen er stimmt eine zeit lang also geht ja richtig abgegangen und wir haben nur für die cc dort ab gut man kleines öl nehmen nun nun soll ich schießen das war eine knappe geschichte unglaublich ich hab noch ein bisschen was Kisten gut versteckt hier ja und so sehr gut was machen wir denn mit den Affen Schlüssel ich habe keine Ahnung vielleicht gibt es am Ende irgendwas was man aufschließen kann ja hier zum Beispiel ist eine Tür mit einem Affen drauf stimmt oh hier waren wir auch noch nie nö der passt sogar oh und ich habe einen Eigenschaftenpunkt gekriegt ja Inspiration nein oh nein hier ist noch eine Kiste hier ist noch ein Sturmgewehr ist hier oh cool oh cool ach das ist sowas hier wieder das versteck der Jägerin hm das hatten wir auch schon der Sturmgewehr glaube ich ne ne das ist komplett neu ok ich kannte es nicht hm wie ist denn das andere was ich immer hatte was am Anfang obwohl da gibt es ja so viel Gewehre ne ne genau so warte mal was coole also das kannst du ja ich mehrmals durchspielen ne egal gibt es hier irgendwie noch ein Geheimnis ne da ging es nicht raus oder man muss jetzt wieder zurück laufen ja ich das kann man ja noch machen oder ja klar schon wieder ein Eigenschaftenpunkt oh wie ich das liebe hier glaube ich es ist der sind du wirst du irgendwie du wirst 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 du in du wirst mich jetzt zerlegt ich ja gar nicht gerechnet das ist nicht so gut langsam sein das soll gute arbeit und ich ziehe es auch das war doch gut diese munition noch mal ein bisschen mehr genommen ja mach dich du hast ihn ja auch platt gemacht jetzt kommen sie tatsächlich wieder von allen seiten ich muss mich mal verbinden ich blute gleich platt gemacht hier das ist ein stinker so 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 sonst noch irgendeiner ja ich stehe gleich mal mit der ich wollte gerade sagen ich stehe mit der knarre gleich mal wieder auf frieden ich habe jetzt gar nicht die munnen auf, ich habe die jetzt einfach gemeldet ja mach mal, hier liegt auch noch welche hier ist doch eine blöde kreuzung, hier könnte man auch glauben dass sie von allen seiten kommen ich höre welche aber ich sehe keinen, oh jetzt sehe ich es ja das läuft schon mal ganz gut ja ich habe gedacht da kommt noch der stinker um die Ecke ja wir lieben uns diesmal verschont ja erspart oder so so da liegt nur was Gutes rum ja und ich höre noch unten Viecher was sind wir denn jetzt, muss man nicht warte mal ja da lang warte ich folge dir aber ich habe wieder einen Eigenschaftenpunkt das ist gut so, sägen der Mutter jetzt auf 17 dann ist sie auch bald voll mhm ja 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 puh brauchst du den Mund? nö, kannst du einsammeln okay wir sind ja auch eh gleich am Stein mhm 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 ich finde mal geil wenn er die Knarre so dreht ja wenn er nachdreht ne ja so sehr gut ab ins licht mhm mhm mana des träumers mana des aufräumers ja haha genau also wo müssen wir denn jetzt links rum und ne doch oh kann ja trotzdem mal versuchen mit ihm zu reden kannst du ja, klar ne 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 ich glaube hier waren wir noch nicht ja hier ist auch alles dunkel sonnen-finster-Mies ne ne schön aus dem hinterhalt wie sie merken dass wir gar nicht kommen ja wie du dir einfach in rücken schießt john wayne mäßig ich habe aber auch irgendwas aufgelevelt dass die an wirklich nicht so schnell hören oder so vielleicht dieses nennt sich das wort schattenkirscher oder so genau und dann geht es ja schon ein dünge und auch hier gibt es eisen eisen gut gehärtet ist so ist ganz was feines ja mal gucken was uns erwartet weil ich hier war auch noch nicht so heute auf jeden fall ich glaube nicht ich habe bis jetzt eigentlich waren sind also nicht nichts war so wie vorher eigentlich war hat man alles neu den baum kannte ich nicht dieses komische den komischen endgegner die beide kannte ich noch nicht stimmt oder ist noch ein gegner das ist gut ja bestimmt kleiner insider habe ich mal gespannt was uns da erwartet oh den kennen wir schon ja genau das mit dem vogel man achtet da aber gar nicht so drauf wird zum ersten mal aufgefallen dass er erst so ein vogel drauf landet ja der dicke baum das ist doch wieder mein lieblingslevel wir nennen ihn einfach marcel genau hallo marcel oder durch schlösser und er konzentriert sich voll auf das war ja klar diesmal ich zu blöd ich hätte einfach weiter laufen soll hinter mir kam so ein pummeluff und dann hat es mich zerlegt sonst mich ganz gut ausgewichen ohne eigenschaften punkt nicht das liebe ich ja wo sich hinter diesen zwei ich weiß aber ich muss laufen vorsicht jetzt kommt wieder wo sehr gut alter der das war noch gut ein abgesetzte ja man muss ja gucken wo man bleibt oh nein jetzt hat er mich mit den bomben getroffen ich hatte nicht gesehen dass er wieder spuckt der sack oh danke dir ach ja toll jetzt habe ich dich gerettet jetzt will ich blatt fliegender wechsel das können wir jetzt immer so machen ich revanchiere mich klein vielleicht oh nein okay jetzt bin ich tot das ist echt übel das Zeug ja vor allem bin ich auch noch verseucht das ist cool wenn er das herz so anlegt irgendwie so hinter dir kommt da noch komera das nächste mal packen wir ihn auf jeden fall was ich ganz cool finde dass die stinker wenn sie explodieren die anderen viecher ja auch irgendwie umbringen genau die nehmen die mit ja das kann ich verkehrt so konzentration konzentration das gefühl das kratzt hier gar nicht so richtig ne doch das das hat ihm ganz gut schaden gemacht ja über 1000 irgendwas das stimmt ist ja nicht nur dass er eingezogen wird sondern er kriegt ja auch hinter wenn es explodiert dann genau und ein lauf hallo hallo du weißt ja ich nicht mal nicht wohin schieße ja jetzt bin ich wieder versorgt scheiße ich auch scheiße es hat mich wieder zerlegt ja man kommt da echt nicht weg aber die schaffst du mich wieder zu überleben durch den armen nein er ballert wieder dieser sack ja das werde ich nicht überleben diesmal also so zum schluss gibt aber wirklich noch mal alles ja ja dann müssen wir jetzt packen alle guten dinge sind drei auf jeden fall jetzt ab ich glaube du hast auch wahrscheinlich noch mehr schaden deswegen geht er immer am anfang auf dich weil du gleich ach nee warte mal ich will meine andere waffe kurz sind nehmen ich nehme doch mal hier den fetten revolver eigentlich braucht man hier nicht unbedingt die maschinenpistole ja 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 jetzt können wir laufen 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 sonst was sie von knapp machen ja 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 Oh, lauf. Ich höre es hinter mir schon immer. Oh, oh. So. Der ist ja schön groß, das ist das Gute. Das stimmt. Jetzt muss ich mich aber hier mal verpissen. Oh, oh. Bam, bam. Hallo. Oh. Oh. ich muss mir das leben aber schön schießen ja gut von mir kriegt jetzt auch noch mal einen und muss es gewesen sein ja das war wirklich übel ja sporendrüse eigenschaften punkt jetzt meiner krieg zur belohnung erst mal eine flasche öl gibt es ja nicht immer aber dass ich gut genommen hat dann kann man das mal machen hier liegt die wahl nun rum segen der mutter 18 19 20 so voll zurück ja aber überlegt mal letztes mal haben wir ich weiß gar nicht 10 10 mal oder so bei dem baum oder waren es doch nicht ganz so viele ich war schon öfter auf jeden fall öfter als jetzt hatte mich auch mal schnell draufgegangen geschossen hat diesmal habe ich ein bisschen darauf geachtet dass wenn ich merke er bückt sich dann hoffe ich schon los wenn er die knie geht ja er hat auch immer bus gebaut auf jeden fall ich dachte brauchst richtig mehr komm baum muss bauen ja immer als astloch so wo sind wir denn jetzt gelandet ja da bin ich auch mal gespannt jetzt sage ich aus versehen eins meiner komischen heilungen verbraucht ach das ist der turm des hüters das können wir auch schon ja stimmt ich erinnere mich das ging aber schon wollte ich kann sagen fast fix ja definitiv so wie du da rein spornst was wird passiert wenn man den anschließt so interessant die saad zerstört alles aber die saad mutter sagt behauptet das gegenteil ja also kannst du gar sagen ihr sagt keine große hilfe dann kannst du wahrscheinlich gegen dennoch kämpfen ich glaube dass wir bei diesem wollen küchentuch auf seinem gesicht ich meine da ist ja wahrscheinlich nicht so schwer zu besiegen das stimmt alter wie die wie schnell wir jetzt hier sind das war das letzte mal zehnmal gestorben und dann ja zehnmal gestorben hundertmal umgefallen läuft würde ich sagen so geht es lang das ist also grafisch auch ganz gerne umgesetzt ja man so nach hinten guckt sieht es ein bisschen aus wie die matrix ja stimmt ja und ist sich darüber zu gehen kann man da rein ich weiß ich probier es mal die stimmte mir fehlt ja noch ein schlüssel einstein dazu ich komme wieder zurück sehr gut dann schon mal wo es weiter geht hat er die grafik also ich muss vielleicht für einige nicht ganz so toll aber ich finde hier gerne genial ganze atmosphäre ist einfach super das macht auf jeden fall bock hier geht es weiter ja genau das älteste im reisen das älteste metall der welt zumindest der heutigen welt wo gerade sagen das muss man aber korrigieren ach das ja ich wollte gerade sagen Oh, ich geh mal kurz aufs Örtchen Oder dieser Beschweidung gesehen Es gibt ein neues Wissen Er teilt sein Wissen nicht gerne Aber vielleicht würde er es einem neu erzählen Ja Ja Vielleicht sagt er doch der Nui Ihres neues Land Den ewigen König Aber ich muss euch warten Ihn herauszufordern wird nicht einfach sein Seid vorsichtig Er regiert von der Zitadelle aus In den Schlüchten hinter dem Tor der schwarzen Sonne Das Tor ist seit ewigen Zeiten versiegelt Aber wie alle Akari Sehne ich mich lediglich nach der Rückkehr des Wächters Und der Erneuerung des Planeten Scharfsichtige Hoheit Es ist mir eine Freude Und eine große Ehre Na Seit dem Untergang des Eurer Ankunft Ist beispiellos Gar Schicks Mach's gut Erleuchtete Hoheit Erleuchtete Hoheit Jetzt kann es wieder weiter gehen Jo Dann hauen wir uns mal gleich an den Stein Ich müsste mich ganz schnell entleeren Ja Ja Ich kenne das noch aus der Betriebsratssitzung Da sitze ich mal so lange Dann Ist auch nicht gut zu lange aufzuhalten Nee So Ach jetzt kommen wir auch wieder so ein paar fette ne Mal gucken wie Wie gut wir da Genau wie gut wir die im Schach halten Oh ich sehe was Lilanes Oh krass Das sieht echt wieder ein bisschen anders aus Oh Oh das haben wir auch noch nicht Nimbus des Jägers Oh Was ist das Boah die hat man ganz gut im Schach eigentlich so ne Ich würde schon mal gucken wie es weiter geht Ja Wenn sie dann wieder so entforft aus der Ecke kommen dann siehts wieder anders aus Ich guck noch mal dieses Nimbus an Mhm Ah ich hab schon einen wieder gesehen Naja ist nicht so toll Ja man muss nicht alles nehmen irgendwie ne Nee Aber hier die Munition von dem Typen die nehme ich Ach hier können wir ja wieder die ganze Anrichtung zerstören Ja hier kann man wirklich wieder Ja Ja Die ganzen Vasen kaputt machen Ja Mistköter Ja Das geht wieder handlich Asche dann das gar nicht schlecht Ja 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 Du musst kämpfen oder sterben ne Ach ja der war das wieder Nee der ist das nicht aber Wo ist er denn? Ach da Da sind glaube ich zwei sogar von denen Oh ja wer sieht Ja Mensch Ja 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 Stürb 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 Oh nein Boah es sind wirklich zwei Stürb ist immer gut der gute Imperativ ist ja eigentlich nur ein Handlungsempfehlungen Genau Wow Wow das ist gute Leistung Vorsicht hinterher Ey wo kommen denn alle her Ja die Versorgung Ich hab grad die Weihnachtsfeier gehabt oder so Ja Ah schon krass wie lange ich nur aushalte Am Anfang ist man so schnell gestorben ne Ja Also das ist schon echt viel besser Ich meine jetzt mit der ganzen Rüstung und so So Jetzt haben die so einen Stress gemacht Das muss sich lohnen Ich blieb mir jetzt deren Häuser Ja So Ganz dekadent mal die Knarre genommen Oh ich glaube hier gibt's schon so einen Dungeon Mh Mh Wo man dann noch reingehen Ja Machen wir ruhig Stimmt Und jetzt wird's ja ein bisschen wie im Raumschiff so elektronisch ne Äh elektronisch aber Sieht so von innen aus wie ein Raumschiff finde ich Ja Ja das wird auf jeden Fall gut Aber da kommen ja dann noch wieder diese fliegenden Köpfe und so ein Kram Ah stimmt Das war ja mal was Boah mal gucken wie wir uns hier überhaupt So ich bin unterwegs Mhm Das ist ja gute Arbeit Ah nee das hab ich auch verwechseln mit einem anderen Level Aber hier gibt's auch so tatsächlich elektrische Viecher So Du Meinst du noch was ganz anderes Ja wir waren in so einem ähm Art Raumschiffe irgendwie so und so Was so schwarzweiß ne Mh da bei diesem König ne Ja genau Oh Alter wie die Totenschädel wegfliegen Das stimmt Das ist gute Arbeit Oh Ich dachte was ist das Weiß ich nicht Ich muss mal Öl tanken hier Vor die Flinte gerannt Was du alles tankst Was So Mal Die ganze ganze chemische Apotheke eben ausprobiert Was zum sammeln Alles gut Was bringt ein Adrenalin eigentlich Ich weiß gar nicht Musst du mal gucken Ich glaube man ist irgendwie schneller oder so Hm Das ist irgendwie Ich hab das mal öfter genommen aber So richtig geflasht hat mich das noch nicht Was soll das denn machen Increase movement speed Ja du bist schneller Boah ist gar nicht schlecht warte mal ich packe mir das auch mal irgendwo drauf Also man schießt schneller man bewegt sich schneller Mhm So ich weiß jetzt nicht mehr genau wo du hin bist Achso ja ich bin falsch gelaufen Weiß ich nicht ich hab einfach nur Ja ne Ich war Muss man nicht da lang Nicht Nicht Muss man hier irgendwie Ne Wart mal hier rein ne Hier ist glaube ich dunkel Hier ist Hier ist Hier oben müssen wir weiter Ach hier Ne Hä Jetzt bin ich verwirrt Ah ein Scheele schon weg Oh oh Obwohl er geht Ich dachte schon Aber jetzt kommt wieder ein richtig fetter Was ist der Scheele So So Sammle ich mal ein bisschen Hier oben ist noch ein kleiner Punkt Ich hoffe ein Eigenschaften Punkt Sehr schön Ja das ist auf jeden Fall nice Ja So 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 Ich glaube ich sollte dich mal unterstützen ne Jetzt ist alles schon vorbei Ich wusste noch nicht wo du lang gegangen bist Deswegen bin ich halt Ich glaube ich bin woanders hier reingekommen und da gab es noch ein paar Leute Ja Ich habe hier auch ein paar platt gemacht Ich versuche mal dahin zu kommen wo du bist Ich glaube hier lang ne Ja Sehr gut Ah Hier hätte ich mir auch ein paar große zerlegt Das ist gut Ja Ich finde mit diesem Gravitationsapparat geht das echt ganz gut Hm So Eigenschaften Punkte verteilen dahin und dahin so Gut Das ist sehr gute Arbeit So Okay No 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 oh scheiße alter wo kommen die denn auf einmal die säcke oh mein gott also jetzt besorgen sie es hier aber richtig es sind jetzt einige schön hier im dunkeln da bleiben eigenschaften punkt alter sie alle platt gemacht ja diese waffe ist halt echt brutal alter rambo genau sagen wir mal ein bisschen munition hast du genug ja ich habe genug ich bin ich bin quasi versorgt so aber den punkt verteidigt mal ja ich finde diese waffe ist schon fast so mächtig wenn es bei vielen gegnern das ja sie ist echt alles schon genial immer schön verwinkelt hier alles nur ja ich weiß dass man mal hier schon ja das öl das ist ein bisschen dunkel aber hier waren wir auch schon hier müssen wir nicht mehr hier waren wir schon ja ich glaube ich glaube wir haben nicht alles komplett durchgesucht aber so munitionskiste habe ich genommen ok no ja wohl weiter was soll das denn für westen um einen rum die die zeile egal stimmt nicht ich habe warten können da ist so die panik der kuhfinger also war da ist aber echt besser ich habe auch ich wenn ich zu sparsam bin dann sterbe ich einfach weg macht eigentlich keinen sinn zu sparen das stimmt was war eigentlich gegen diese strahlung das weiß ich auch nicht kisten also will hat auf jeden fall nicht geholfen ich weiß immer was das war vielleicht diese mit bonbons da oder haben wir überhaupt so ein stab hier mal hier nicht alles gründlich durchsucht weil ich glaube hier drin gibt es ja ist egal da kriegt man nur diese rüstung ich glaube wir haben diese war schon komplett dass diese stahlrüstung oder ich weiß gar nicht mehr irgendeine von denen so mal rauslaufen oder was ja kann man machen das zielen ist immer so eine sache für sich ja vor allem bei fliegenden köpfen ja die sind aber auch extrem diese köpfe vielleicht finden wir dann jetzt diese stange da ja das könnte sein das wäre gar nicht verkehrt hier können wir oben unten nochmal gucken oben gibt es keine stange ist das hier bei mir aber ich glaube da komme ich auch nicht ran da ist auch nichts aber eine kiste gibt es das wäre ein gutes indiz das war da noch nicht waren genau genau ja hier gibt es sonst glaube ich nix ne 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 Oh, die haben wir jetzt ziemlich schnell platt gemacht gibt es ja noch eine kiste oder ist das ist das nix das ist nix hier drinnen waren wir noch nicht nicht bedingt, oder? hat es auch nichts schade schade da hat es zerlegt das ist auf jeden fall gut hier ist noch eine kiste ist hier noch irgendwas das wird jetzt ein bisschen brutal ja auch gerade so ein paar Köppel gerade weggeschossen warte mal ok, das war's ja, irgendwie noch mal platt gemacht so hier alles durchsucht das letzte durchsucht das eisen oben waren wir auch, oder? ich glaube schon mhm ich guck mal hier hier ist noch eine kiste es geht so ja, ging schon mal besser an mhm ich guck hier nochmal ich guck hier nochmal ich guck hier nochmal hier ist auch nix naja ok hier ist auch nix so, schön hinsetzen mhm wieder aufstehen und rausgehen ja du achst auf die Zeit, ne? ja, ja ich sag Bescheid also jemals so viertel eins dann ist aber wirklich maximal ja haben wir nur so 25 Minuten man will ja gar nicht aufhören ja, das stimmt aber sonst ich kenne das wenn man noch irgendwo hin will und dann artet das voll in Stress aus wenn man sich nicht Zeit nimmt mal guck mal mal schön entspannen weil morgen, ähm hoffe ich ja, dass das angeht dass, äh Kai mich morgen abholt mhm wir wollen nämlich haben die jetzt, äh so Boxen die wir zurecht machen wollen die wir zum Weihnachtsgeschäft verkaufen ähm mal gucken was was das so, äh überhaupt das klappt und dann kann ich morgen auch wieder nicht zocken, äh ah ja was denn das hier ja nö irgendwo bisschen dicker jetzt, ne? ja du, wo kommt der denn her? ach da alter wie du ihn einfach mal niedermetzelst ja, der hat's verdient ja ach da ist der alter, diese Waffe, ey ja, die ist echt mächtig alter, der Hund eben auch voll am fiepen fiep, fiep oh, ich liebe Eigenschaftspunkte ja, Eigenschaftspunkte ja, Eigenschaftspunkte kann man gut gebrauchen ja mal Erholung auf 7 was macht das? äh, warte mal ja, wo ist denn, erholung hier? ja, wo ist denn, erholung hier? erhöht Ausdauer, Regenerationsrate und verringert Ausdauer, Regenerationsverzögerung, die Wüste ist eine große Schmiede, sie verbrennt, Verunreinigung, bla 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 ah also das Dschungels gut aus das stimmt irgendwo höre ich doch einige rumlaufen ja, einige noch wahrscheinlich oh, hier ist so ein dicker einfach mal platt gemacht hier oh oh ja, die sind nicht ganz ohne, ne? jep Alter, der hat gerade sein eigenes Punkt platt gemacht die doof ist er denn oh, bist oh komm mal zu Hilfe das ist gut ich hab gerade so ein krampfenbein, kannst du mir bitte hoch helfen? ja, mach ich krampf im roten Sack so sehr schön ja ein Köpfchen und das umsonsten hier gibt es noch wenn du magst sehr gerne an den Song die gute Munition oh 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 weiter ja hier geht was ja gerade nur greift von hinten an so oh nein das kommt jetzt die Kissen das ist auch gerade nicht wo der wo der ist der muss ja irgendwo hier auftauchen ne ja oder das war weil du den letzten getötet hast dann gibt es auch so einen komischen Sound ja stimmt ach oder der war das wahrscheinlich ne ja jetzt hat er auf die fräse bekommen sportliche betätigung ach da gibt es noch gutes heißen ja völlig übersehen hier kann man aber auch sammeln halt so oh die Viecher sind jetzt glaube ich alle platt ne ich hoffe es ja dann jetzt mal kurz ich könnte auch heilen gleich und da und wo da oh mitten in der Wüste wird es grün sehr schön das ist die Oase des Lebens und ich hole noch das hier so und dann gibt es ja was oh über gutes Eisen alles so so ach der scheiß schon wieder hier mhm ein checkpoint das können wir ja machen jo das ist gute Arbeit oh morgen ist ja schon Montag ja das äh schöne Wochenende wieder vorbei dafür nur ne 4 Tage Woche stimmt Döners Tag ist ja ja Feiertag da können wir uns bei Martin Luther nochmal bedanken oh ja oh nein da meintest du ne ja oh die gehen wir mal ziemlich fix oh die gehen wir mal ziemlich fix ja 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 das äh ging eigentlich ja finde ich auch gut oh noch ein bisschen weiter laufen ja ne ja komm jetzt jetzt gutes Eisen gutes Eisen schnauze schnauze echt mal weg damit genau das geht's doch gar nicht das geht's ja das geht's ja das geht's ja das geht's das geht's ich weiter jetzt aber richtig zerlegt ja ja ich glaube schon zwei doofa ein gedanke ja oh wow ich verratze mich richtig Oh Gott, oh Gott Ja Gott, ich bist auch dran, ne? Ja Scheiße Wo kommen die denn auf einmal her? Die Säcke Oh Heftiger Scheiß Ja Ja Ich muss mal hier Munitionskiste nehmen Wieso das denn? Achso, ich kam ja gerade vom Stein, ne? Stimmt Oh Gott So So Kleiner Ja Schön, schön Hier ist nur einer drin, glaube ich Mal achten, sein Ja So Ah, die Seiten kommen sind ja Ja Ich kann nicht so gut zählen, der ist mir voll entwischt So Der ist auch glatt Ja, es hat ihn zu Ich hab auch gedacht, Alter, jetzt kommt er auf mich zu, ey, und dann... Das ist echt gut, wenn die so reingezogen werden Ja Ja, wir haben auch mal schön die Maske von der Visage schießen Vorsicht, zu dir kommt einer hoch Ja, hier ist schon einer, noch einer So Gemeint ist hier Ruhe geschaffen Ja So schnell meckert hier keiner mehr Kiste gefunden, das ist auch gut Oh scheiße, das war nicht gewollt Snicker Aber trotzdem ist es gut geklappt, ne? Ja Ah, Heilung Heilung in der Wüste Der ist auch irgendwie schabbar Ja Der wollte nicht umfallen So, wir haben noch fünf Minuten ungefähr Ja, vielleicht kommen wir hier zum Stein, aber ich glaube eher nicht Gingst du hier runter? Ja, genau Ah, das ist super, dann komm mal da an dem Stein Alter Schwede Schon Bock an Ja Doch gar nicht, doch gar nicht so verkehrt, das alles nochmal neu zu zocken, irgendwie, ne? Ja, also ich find's gut Ja Ich hab erst gedacht, scheiße, was hab ich da getan, ne? Ja Das Bessere, das kann einem manchmal nicht passieren Warte mal in die Station kurz zurück Ja, kannst du machen Gucken, ob wir noch was labeln können oder so Mhm Und dann können wir ja auch aufhören erstmal Ja, würde ich auch sagen Wird's zu lang Ja, man würde gerne, aber das ist wieder Ich wollte ja sogar heute absagen, aber ich dachte, ey, Familie ist ja auch wichtig Ja Ich würde froh sein, dass man noch eine hatte Das stimmt, aus den drei Stunden ist schon ganz gut Wenn man dann, äh Ja Bisschen Pause dazwischen macht, ist nicht schlecht Aber Kopf frei kriegen Ja, mal gucken, was er hat Dschungelgottes 5 Ja Jagdgewehr Auf 19 Pistole Jagdpistole habe ich jetzt auf 304 Das ist auch fett Gucken, kann ich ausrüst, oh, ausrüst, okay, noch So Hose des Landstreichers, Gotti, noch auf 18 Level Oh Das ist gut Ja Aber ich level immer irgendwie, wenn ich da noch was überhabe, alle Gegenstände Ach, das ist gut, das mache ich gar nicht Ja, falls ich doch mal irgendwie noch mal eine andere Wurstung brauchen oder so So Bei den Waffen Ist dann soweit Ach, Sturmgewehr, kann ich noch Ja, das ging auch nur Ja Schade ist der Teilchen beschleunigt, obwohl die ist schon eine mächtige Waffe, ne? Dass er maximal nur auf 10 geht Ja, das wundert mich auch, aber scheinbar ist das bei diesen Bosswaffen so, ne? Ja, genau So Dann habe ich alles gelevelt Ach, ich habe noch einen Eigenschaftspunkt Das ist gut Was ist das? Was ist das? Ich gehe dir nicht Da bin ich Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Ich bin da kommt einiges zusammen der will mäßig noch ein bisschen was ja ja definitiv aber ich glaube ich werde noch mal den zerstörer level es war dieses wo man wiederbelebt wird sich ganz gut ja stimmt er war ganz geil ok an der stelle stoppe ich mal die aufnahme